Sein oder nicht sein, das ist hier nicht die Frage. Wir bauen jetzt. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, heute bauen wir einen Terminator, einen T-800 aus, naja, das reine Endoskelett aus dem Film, wo steht's denn? Hier, Terminator Genesis, der war ja nicht so gut, aber vielleicht ist ja dann hier die Figur besser. Die kommt von Megablocks aus der Cupros Reihe und ja, ich hab sie günstig bekommen für 5 Euro. Man bekommt die in der Regel so für um die 10 Euro bei Amazon. Ich verlinke's euch alles hier unten in der Videobeschreibung. Ja, was steckt drin? 195 Teile, ein graues Exoskelett, ne Quatsch, Exo, Endoskelett mit leuchtend roten Augen, einer dicken Laserwumme, süßen Zehen und ja, noch ein paar Bildchen, was es so alles noch gibt. Den haben wir schon gebaut, den bauen wir noch und ich hab noch so ein paar von den kleinen Cupros Kollegen da rumstehen. Also werfen wir direkt mal einen Blick in die Packung und sehen nochmal beim Aufklappen, das kennt man ja schon ganz typisch, hier nochmal das Gesicht der Figur. Und wenn wir weiter aufklappen, sehen wir Tütchen. Und wir finden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tütchen für unsere 195 Teile. Ja, also wenn man sieht, was hier teilweise nur drinsteckt, irgendwie nur 1, 2, 3, 5, 6 Teile in so einer Tüte, das ist schon ein bisschen Verschwendung. Aber naja, sei es drum. Außerdem haben wir nochmal unsere Anleitung, da steht nochmal Kubros Nummer 26, der T800 Terminator und hier nochmal die Teileliste, was alles drinsteckt. Und dann hier die Anleitung und ja, die kennt man ja schon, da ist immer Farbcodiert, dass man sieht, was hier wo draufkommt, welche Noppe da in welches Loch reinkommt und lässt sich gut bauen. Ist natürlich eine kleine Anleitung, mittendrin noch ein bisschen Werbung, 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 hinten nochmal Werbung und ja, so sieht er dann fertig aus, der Kollege. Es gibt hier schon echt schöne Dinger, vor allem hier diese Masters of the Universe habe ich ja schon gebaut, Skeletor, He-Man, Spock. Hier gibt es noch einen Terminator aus Terminator 2, der Arnold Schwarzenegger Verschnitt jetzt mehr, weil da noch, wie sag ich mal, mehr Mensch übrig ist. Es gibt da nette Sachen, immer ganz nett mal so für zwischendurch einfach und ohne jetzt viel rumzulabern, würde ich sagen, für zwischendurch mache ich jetzt mal die Tütchen auf und fange an zu bauen. Erster kurzer Zwischenstopp, also ja, zu den Steinen, wie lässt es sich damit bauen? Sehr, sehr gut, Klemmkraft 1A und was auch richtig cool ist, ist dieser metallische Look, der hier dran ist, also die sind so ein bisschen glänzend und glitzernd, kann man hier sehen, dadurch, was da irgendwie beigemengt wurde. Bei der, bei dem Kunststoff und passt also sehr, sehr gut zu diesem metallischen Look, die ja so ein Terminator dann auch haben soll. Das hier wird der Kopf, das hier ist die Seite, hier übrigens ein Teilchen verbaut. Und das hier, das habe ich so noch nirgends gesehen, glaube ich, wahrscheinlich irgendein Spezialteil, was hier Cupros, beziehungsweise Hoppla, Megablocks da dran gebaut hat. Ansonsten Standardteile, zweimal Dreiersteine, einmal Dreiersteine, kleinere Platten, ja und so baut sich der Terminator, hier sehen wir schon seine Nase. Und jetzt kommen gleich hier noch die Augen dran und zwar werden das hier, das ist immer gleich bei den Figuren, das werden die Augen hüllen und, aber die haben echt irgendwie ein Verpackungsproblem. Schaut mal her, noch eine Plastiktüte, wo diese drei Teilchen drin sind, hier das kleine Cuprossteinchen, das nachher in den Fuß kommt und dann hier die beiden Ringe, die dann auch noch bei die Augen dabei gebaut werden. Und also plastikmäßig könnten sie da wirklich, wirklich mal ein bisschen sparen. Naja, egal, wir ändern es nicht, also baue ich mal weiter, soweit bin ich jetzt hier gekommen, Kopf fertig, Augen kommen dran und dann schauen wir mal, wie es gleich am Torso weitergeht. Man, man, heute ist nicht mein Tag, erstmal geht mir hier die Anleitung tierisch auf die Nerven, egal wie ich die knicke, die will immer wieder umblättern die ganze Zeit, dass ich die ständig unten halten muss, nervt mich ein bisschen. Egal, aber gar nicht mal so schlimm, denn, naja, denn ich habe hier andere Problemchen, die mir hier passiert sind. Zum einen, ja, ich habe den Terminator kaputt gebissen, das Teilchen hier, einmal fokussieren, ist mir abgebrochen. Und das war, als es noch ganz war, so ein Teil hier und das steckt hier im Oberkörper drin. Das ist also die Brust, was man hier sieht. Hier sieht man, wie so ein Teilchen hier reingesteckt wurde und ich hatte die ein bisschen zu tief drin. Den einen hier habe ich ganz einfach rausgezogen bekommen. Ja, den hier habe ich, wie man sich denken kann, nicht so einfach dann herausgezogen bekommen. Habe es dann mit den Zähnen versucht und, naja, ich sage mal so, stabil ist der Terminator hier leider nicht. Vielleicht bleibt ja hier so ein kleinteilchen übrig, da kann ich das später noch austauschen, wenn ich es hier irgendwie mit der Zange rausgezogen bekomme. Naja, also, soweit zu dem kleinen Problem. Ansonsten, ja, ist das hier schon mal. Der Oberkörper ist ganz interessant gebaut mit vielen kleinen Runden. Einmal eins an, hier zwei, da zwei, da hinten noch welche für die Wirbelsäule auf der Rückseite. Sieht ganz cool aus. Das gefällt mir. Was mir auch gefällt, ja, ist der Kopf, aber da sieht man schon mein zweites Problemchen. Ja, hier die weißen Teile, die Zähne, da habe ich statt drei irgendwie nur zwei. Entweder bin ich hier schneeblind, denn ich suche hier weißes Teil auf weißem Untergrund. Eins habe ich da gefunden und eins habe ich tatsächlich noch in der Ecke, in der Tüte gefunden. Ich habe die alle durchgeschaut. In der Tüte ist nichts mehr drin. Also, vielleicht haucht es hier noch auf und ich sehe es einfach nur noch nicht aktuell. Wir schauen mal. Ansonsten, ganz cool geraten hier die Augen. Rot leuchtend mit den schwarzen Ringen. Dann sieht man die Nase. Hier der Kopf oben, der wurde dann mit solchen Slopes gelöst. Also hier jeweils sechs Slopes vorne und auch auf der Rückseite des Kopfes. Mittendrin haben wir dann Fliesen. Und dann haben wir hier den Kopf von der Seite. Hier mit den paar Details nochmal. Und von hinten, da ist er relativ unspektakulär. Und unten natürlich einmal die Aufnahme, womit er dann später hier in den Körper reingesteckt wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, wir halten fest. Wir haben ein Stück vom Schlüsselbein abgebissen. Ein Zahn wird vermisst. Die Anleitung nervt mich und ich baue dann mal weiter. Also, irgendwie nicht mein Tag heute. Naja. Klack, klack, fertig ist er, unser Terminator. Und es gibt gute und schlechte Nachrichten. Also die schlechte, die Anleitung hat genervt bis zum Ende. Die gute, ich habe den fehlenden Zahn noch gefunden. Ja, er lag zwei Meter in die Richtung hinter mir im Zimmer. Also, wie der da hingeflogen ist. Auf jeden Fall, der Zahn ist aufgetaucht. Noch eine gute Neuigkeit. Das Teil, das ich nicht rausbekommen habe, gab es nochmal als Ersatzteil. Die schlechte, ja, das hier reingesteckte. Ich habe es nicht mehr rausbekommen. Ich habe es nur noch zerbröselt. Hier mit der Zange, das steckt dermaßen fest drin. Naja, ich habe dann einfach hier das Ding an eine andere Stelle, also hier unten reingesteckt. Und, naja, er ist jetzt halt ein Unikat. Aber insgesamt muss ich sagen, für solche Cupros-Figuren ist er ziemlich detailreich. Das gefällt mir echt gut, aber auch relativ fragil. Also hier hinten, ne, fangen wir mal hinten an. Da gibt es am wenigsten zu sehen. Der Hinterkopf haben wir schon gesehen. Schulterpartie hier unten ganz cool, wie die Wirbelsäule hier rauskommt. Und dann geht das Ganze hier in die Beine über. Und da unten ist dann noch dieser Cupros-Knopf. Und wir bleiben gleich mal bei den Beinen. Ihr seht, die sind auch hier richtig detailreich gebaut. Ganz anders wie bei den anderen Figuren. Und wir haben hier unten noch ein paar Zehen dran. Das sind nämlich die hier. Die kann man auch einzeln dann so verstellen. Das sind so C-Clamps mit kleinem Stiel dran. Jeweils vier Stück. Ja, scheinbar hat ein Terminator nur vier Zehen. Und dann steht er da schön auf seinen doch relativ langen Beinen und Zehen. Also das gefällt mir echt gut. Gehen wir weiter hoch. Hier sehen wir den Oberkörper. Auch da kann man hier richtig durchschauen. Immer wieder so Knochenpartien angedeutet. Dann hier die Arme. Der rechte Arm. Ja, ein bisschen klein, kurz und stummelig. Als wäre er abgerissen. Aber er hat drei Finger. Jawohl. Eins, zwei und hier die Nummer drei. Auch eigentlich gut gemacht. Schön gemacht. Gefällt mir. Und dann an der rechten, nee, an der linken Hand. Da hat er eben auch drei Finger mehr oder weniger. Also hier der Daumen. Hier ein Fingerchen. Und hier ist dann das C-Clam. Womit er dann eben hier die Kanone hält, die man ihm dann noch reinbauen kann. Ja, und die kann man dann hier verstellen. Und da gibt es auch bedruckte Teile. Einmal hier, hier und das gleiche nochmal hier unten. Also vier bedruckte Steinchen, die jeweils beidseitig dann bedruckt sind. Ja, und dann ist er auch schon fertig, unser T-800. Also insgesamt ein cooles Set, würde ich mal sagen. Ich habe hier ein bisschen Probleme gehabt, habe mich vielleicht auch ein bisschen blöde drangestellt. Hier hinten seht ihr noch die ganzen Fehlteile, die... Ach Gott, ich muss hier Feierabend machen. Die ganzen übrig gebliebenen Teile. Also da gibt es auch genug Kleinteile-Kram, falls einem mal hier so ein Zeh wegfliegt. Oder hier so ein kleines Steinchen irgendwo abhanden kommt. Nur bei den Zehen müsst ihr aufpassen. Da sind wirklich nur drei Stück dabei. Aber dafür gibt es noch hier ein Ersatzauge. So ein rotes, falls da eins verlustig geht. Ja, also insgesamt, wer auf die Figuren steht und auf den Terminator steht, sage ich hier Kaufempfehlung. Coole kleine Figur und relativ schnell zusammengebaut. Und macht sich dann ganz gut im Regal bei den anderen, wenn man sie denn hat. Terminator-Utensilien. Und jetzt fehlt da natürlich noch unser Arnold Schwarzenegger Terminator aus Terminator 2, wo nur oben hier das Gesicht eben genauso ist, wie hier diese Partie. Der muss natürlich auch irgendwann noch hier dazu. Aber für heute soll es das gewesen sein, Freunde. Wie gesagt, der Link zur Figur, der ist hier unten in der Videobeschreibung zu Amazon. Kostet so um die 10 Euro. Kann man ruhig mal zugreifen, so für zwischendurch. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I'll be back. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, bis zum nächsten Mal.